Hallo zusammen, ich bin Loris, ich bin Mehmet und wir machen unsere Lehre als Logistiker beim Schenker in Eike. Kommt mal mit und wir zeigen euch unseren Alltag. Bei uns in Eike, durch im Hochregallager, müssen wir hauptsächlich Wareeingang, Wareausgang und Ware zusammenstellen, sprich kommissionieren. In diesem Beispiel tätige ich momentan den Wareausgang. Ich nehme die Ware mit dem Seitenstrapler runter und übergebe sie meinem Kollegen Loris. Ich nehme die Palette entgegen von Mehmet und tue sie draussen am LKW beladen. Das ist eine von meinen Haupttätigkeiten im Umschlag in Eike. LKWs beladen und abladen. Das Coole bei uns ist, dass Teamwork sehr gross geschrieben wird. Wir schaffen nie allein, sondern meistens zu zweit. Und das macht die Arbeit umso spassiger. Hallo zusammen, ich heisse Sören und ich bin im ersten Lehrjahr. Hoi zusammen, ich bin Andrea und ich bin im dritten Lehrjahr. Wir machen eine Ausbildung als Logistiker bei der Firma Schenker Schweiz AG. Kommt doch mal mit, wir zeigen euch unseren Alltag hier. Einer der wichtigsten Aufgaben ist das Kommissionieren. Das heisst Kundenaufträge bereitstellen. Auf der einen Seite tun wir einen kleinen Teil mit dem Wagen kommissionieren. Auf der anderen Seite haben wir grössere Wagen, die müssen wir dann mit dem Stapler aus dem Regal rausholen. Anschliessend kommt dann das Verpacken. Dazu gehört auch das Messen und Weigen eines Päckchen. Wenn du kontaktfreudig, körperlich fit und flexibel bist, ist der Beruf Logistik genau das Richtige für dich. Ich hoffe, wir haben dich einen guten Eindruck in unseren Alltag. Falls mir dein Interesse geweckt hat, dann bewirb dich doch gratuit noch bei uns. Tschüss!